Ja, schön, sehr schön. Ich finde die Waffen von dem nicht, aber... Oh nein, ich glaube, die zünden euch an. Ja, glaube ich auch. Bye-bye, Flo. Nee. Die nicht? Nee. Die pushen, glaube ich. Ja, wen denn? Die wissen nicht, dass ich lebe. Die wissen nicht, dass ich lebe. Wir waren aber nur zwei. Ja, das wissen wir. Wobei, das waren drei Teams hier tendenziell. Ja, ja, die... Dann könnten wir auch einfach alle tot sein. Kannst du es vielleicht einfach retten, ohne dass sie was mitbekommen, ohne dass du es halten musst? Ich würde tendenziell eher probieren, das Ben nicht zu behalten. Mit der Crown & King hast du da vielleicht solche Chancen für. Vielleicht nicht neben, dann lockst du vielleicht eine oder andere und kriegst sie easy. Ja, die laufen hier so ein Banish Ich weiß leider nicht, wo der Banish ist Ach, da unten Ja, genau da, da, runter Oh, die können nicht durch den Boden sehen Ja, wenn sie unter mir stehen, ja Ja, ist markant zu seiner Verteidigung, aber auch einfach nicht Dann mal bitte leise Ich würde da gerne durchschießen können Kannst du das? Ich habe hier eine gute Pose, muss ich sagen Ja, aber ich glaube, er kriegt einen Freekill, wenn die durchkommen Ja, wenn die das Bounty aufheben, dann wissen die halt, dass er da ist Okay, die haben gerade irgendwelche Hier liegen viel zu viele Körper, um Leute anzuzünden Ja Los, kommt rein, meine Kumpan Drin Ach, da unten Oh lol Ich dachte auch, dass es wäre hier Ah, kein Wunder, dass die nicht rauskommen Ich würde mich verpissen Die wissen auch nicht, wo das Bounty is Die wollen da auch reinpushen, einfach an der Tür Das ist aber eine gute Pose, wenn die da reinkommen Aha Los, ihr wollt hier rein Einer ist jetzt oben über mir Oh nee, nein, nein Beweg dich nicht, der macht den, der macht den Nein, der ist über mir Oh nein, ich muss jetzt hoch Da, links Hinter dir Zwei Warte, warte Halt dich Halt dich Du uns rätst Nee, nee, ich würde den anderen Typen töten Mach den, der macht den, der macht den Mob Oh, ich liebe mich Oh mein Gott Hat den miesen Klatsch gemacht? Oh mein Gott Nein, hat der auch nicht Das war ziemlich mittelmäßig Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott